Gebe jeden Tag dein Bestes, mach dich deiner Fehler bewusst und mach sie nie mehr. Diesen Erfolgstipp habe ich von Schauspieler Mike Christopher bekommen. Genau darum geht es in meinem heutigen Blogbeitrag. Manchmal sind wir wie eine kleine Fliege, die immer wieder gegen die gleiche Stelle an der Scheibe fliegt. Die Lösung wäre nur ein paar Zentimeter weiter links oder rechts, nur wir sehen sie nicht, weil wir sagen, wir wollen mit dem Kopf durch die Wand. Wie du das schaffen kannst, den anderen Ausgang zu sehen und warum das sogar sinnvoll ist, den Aussehen zu finden, verrate ich dir jetzt in meinem Blog auf www.normen-gra-eta.com.